Mein Name ist Urs Frey, ich bin der ärztliche Direktor des UKBBs und der Chefarzt der Kinderklinik Pädiatrie. Unser Spital hat mehrere Aufgaben. Wir stellen einerseits die Notfallversorgung unserer Kinder in der Nordwestschweiz sicher. Wir sind aber auch zuständig für die Tertiärmedizin für alle spezialisierten kindermedizinischen Fachgebiete. Als Universitätsspital sind wir ausserdem verantwortlich für die klinische Ausbildung unserer Ärztinnen und Ärzte. Wir sind für die Weiterbildungen unserer Assistentinnen und Assistenten verantwortlich und wir tragen bei zur Fortbildung unserer niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Durch einen frühen Kontakt mit unterschiedlichen Forschungsthemen bilden wir aber auch junge Akademikerinnen und Akademiker aus, die im Bereich der pädiatrischen Forschung erfolgreich sein wollen. Im UKBB legen wir viel Wert darauf, unsere Patientinnen und Patienten kompetent und menschlich zu behandeln. Unterschiedliche Teams stehen zur Verfügung im stationären und ambulanten Bereich und wir versuchen interdisziplinär mit einem Team von Fachspezialistinnen und Fachspezialisten unsere Kinder zu betreuen. Wir sind die und wir versuchen interesse zu behandeln. Wir sind die